Wenn es um Frischprodukte geht, ist Goob besonders kritisch. Nur was Jahr durchgeheckt und pflegt, mit viel Sonne verwöhnt und sorgfältig gepflückt worden ist, kommt auf schnellstem Weg in die mehr als 1300 Verkaufsstellen. Dass Sie morgen bei Goob kaufen können, was heute geerntet wird. Die süssen Trauben Uva Italia zum Beispiel gibt es bei Goob jetzt zum Aktionspreis das Kilo für nur 2,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goob drei Dosen Rosettone in Öl für nur 2,90. Und morgen übermorgen und am Samstag offeriert in der Goob das Kilo gemischtes Hackfleisch für nur 10 Franken. Und italienische Nektarine, das Kilo für nur 1,60. Auf Wiedersehen!